Herzlich willkommen! Sie befinden sich hier in der Praxisklinik Wernneck. Mein Name ist Michael Gluck. Ich bin hier für die Kniechirurgie zuständig, gleichzeitig Leiter des Kniezentrums in Würzburg und möchte Ihnen eine neuere Art und Weise der Knieendoprothetik vorstellen, die wir seit 2019 erfolgreich betreiben, nämlich die individuelle oder maßangefertigte Endoprothetik. Sie stellen sich das bitte so vor, wie wenn beim Zahnarzt Ihnen ein fehlender Zahn ersetzt wird mit einem Abdruck, den er dann in seinem Labor maßanfertigt und Ihnen wieder einsetzt und das Kaufverhalten optimiert. Ähnlich ist es mit der individuellen Endoprothetik. Diese wird dem Knie angepasst, der Knochenverlust ist sehr gering und das Laufverhalten wird dadurch optimiert oder dem Normalen angenähert. Ich habe Ihnen hier mal ein Modell einer maßangefertigten Endoprothese, einer Teilendoprothese mitgebracht. Schauen Sie sich bitte die Radien an, die exakt dem Normalen nachempfunden sind, sowohl am Oberschenkel wie auch am Unterschenkel. Die Passform, die exakt den Knochen komplett abdeckt und damit auch für den osteoporotischen Knochen geeignet ist. Ich habe Ihnen hier einfach mal eine Auswahl verschiedener maßangefertigter Inlays mitgebracht. Schauen Sie sich einfach mal diese verschiedenen Größen an. Jeder von uns Menschen hat ein individuell anderes Knie, andere Passform, andere Radien. Und nur wenn dies optimal angepasst ist, werden Sie ein komfortables Laufgefühl haben. Seit ich die maßangefertigte Endoprothetik etwa seit 2009, egal ob Teil- oder Vollendoprothese einsetze, berichten mir die Patienten bei den regelmäßigen Nachuntersuchungen immer wieder, dass Sie Ihre Knieoperation schlicht und ergreifend einfach vergessen haben. Ich führe das darauf zurück, dass die individuelle Maßanfertigung offensichtlich doch ein wesentlicher Teil dieser Erfolgsgeschichte ist. Wie wird eine solche maßangefertigte Prothese hergestellt? Der Patient unterzieht sich zunächst einem CT. Dieses liefert den Datensatz, der notwendig ist, um ein exaktes Modell des Kniegelenkes herzustellen. Über dieses Modell wird dann die definitive Prothese hergestellt und steht uns circa vier Wochen später zur Operation zur Verfügung. Gleichzeitig werden auch maßangefertigte Instrumente mitgeliefert, die uns die exakte Positionierung des Kniegelenkes intraoperativ erleichtern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017